Melanie Müller wird während einer RTL-Show von ihren Gefühlen übermannt, die Trennung von ihrem Ehemann lässt sie unvermittelt in Tränen ausbrechen, woraufhin sie aus dem Studio läuft, das Dschungelcamp 2022 ist gestartet, und als wäre das auf und ab der Gefühle dort nicht schon genug, wird es auch beim großen Klassentreffen der Dschungelstars sehr emotional. Punkt. In der Sendung von RTL treffen einige der ehemaligen Kandidat, Innen- und Dschungelkönig, innen der vergangenen Staffeln aufeinander. Neben alten Geschichten werden dort auch auch aktuelle Sorgen der Promis zum Thema, Melanie Müller, ich lebe ja gerade in Trennung, Melanie Müller, 33, fängt an über ihre Trennung von Ehemann Mike Blümer zu sprechen bis ihr die Stimme wegbricht. Daniela Büchner, 43, versucht sie zu trösten, aber der Reality-TV-Star läuft schließlich weinend aus dem Studio. Im Video sehen sie den emotionalen Moment, und wie die anderen Stars im Studio reagieren. Dschungel Dschungel Dschungel